gute Blecks da rein, ja Funcopter Ich hab jetzt die Kurve normal nur mit Querruder, oder? Nein, mit Querruder, aber nur ganz minimal Scheiße, ich krieg keine Linkskurve mehr zusammen Scheiße, und jetzt genau in die Zone rein, oder? Oh, Scheiße Ja, bleibt da drüben, das ist eh schon, oder? Ja, ja Schau mal, du Das heißt, du machst eine Rolle, und dann haust du vorne weg, oder? Ah, halt die, die Ding, oder? Nein, ich mach keine Rolle Die Ginkerei ist, wenn du umschaltest, schon Ja, ja Der Vertikalflug funktioniert eh so einigermaßen, sag ich einmal Das haut eh hin Aber, Linkskurve ist Null, oder? Linkskurve ist, wenn ein bisschen Wind geht, der stabilisiert das so aus der Arsch, du Ja, ist ja klar, weil der wieder da hinten ein Regenbombas ist Das muss Das muss ich abschalten können, ne? Aber sonst haut das nicht Das passt, ja Da müssen sie sich schlau machen Da bin ich halt der Fokse, gleich bin ich jetzt noch bei der Platine, wo ich den Hund abgeschüttet habe Ja, muss her schauen Ja, ich glaube, das ist ja hässlich, was der war Aber so kannst du nicht bauen, ne? Ja, da ist noch kein Spaß Da ist noch kein Spaß Da ist noch kein Problem, unten dran und so Also da wie ein Flieger zum Fliegen gehen ist einmal das wichtigste, oder? Ja Starten ist okay so, aber dann sollte man schon ein Fliegerverhalten haben, oder? Trotzdem ziemlich stark nach Rechzimmer Ja Vor allem das Copterfliegen bei den Trimmungen, da sollst du bei den Copter fast nichts tremmen, weil eigentlich das Kreisel das machen soll, weißt? Und wenn du das übertrimmst, ja Dann hast du schon einen Scheiß, ne? Naja, wof ich schon, weil er arbeitet schon wirklich, ja? Ja, okay, da kann man ja gegensteuern, da musst du Ja Wenn du da ein Ding fliegen kannst, kommst du recht damit, klar, aber Aber das reicht nicht aus, eigentlich genau, oder? Ja, das reicht nicht, klar, da lassen Ja, das reicht nicht, oder? Du musst dir Zeit lassen, wo man da geht Ja, das reicht nicht, okay Ja, das reicht nicht, okay